Hä, will die mich verarschen? Sie schreibt, nein, schau. Was? 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 Was hat die gemacht? Sie hat ein Teleport-Hack! Sie ist... Sie steht in meinem Saal! Hey Freunde, was geht ab? Ich bin heute mal auf durchrasten.de und wir haben jetzt endlich unser krasses Update released. Ein Teil von dem Update ist der neue Sky-City-Server. Der ist so ein bisschen City-Build-mäßig, aber mit einem richtig, richtig, richtig besonderen Extra. Oh ja, zeig mal, zeig doch mal die Insel. Und zwar, ihr habt nicht ein Grundstück, sondern ihr gebt mit Slash.js und dann wird eine Insel für euch erstellt. So sieht eure Standard-Insel aus. Und, ähm, ja, so sieht das Ganze hier aus. Ihr habt ja schon einen Cobblestone-Generator, da ist, äh, da ist eine Kuh und ihr habt zwei Bäume. Ihr habt hier schon, ihr habt ja auch ein bisschen Erze und so. Mega geil, um hier zu starten. Und ein erfolgreiches Insel-Imperium aufzubauen. Und wir zocken hier auch. Mega, mega, mega geil. Checkt es ab durchrasten.de. Die Server-IP, die verlinke ich euch ganz oben in der Videobeschreibung. Wir haben auch schon so viele coole Rückmeldungen von euch bekommen. Die finden, also, beziehungsweise ihr, ihr findet den Spielmodus einfach so geil. Vielen Dank auf jeden Fall an euch, dass das so gut bei euch ankommt. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Das hier ist die Insel, um die es heute geht. Und Freunde, ich glaube, heute wird es richtig, richtig verdammt krass. Mit dabei ist heute übrigens wieder Philipp. Was geht ab? Yo, Freunde. Und dieses Grundstück erstmal macht der Besitzer, beziehungsweise eine Besitzerin ist das, glaube ich, macht hier die ganze Zeit so exzessiv Werbung. Das wollen wir uns heute mal angucken. Und die Insel wurde auch zweimal, beziehungsweise die Spielerin wurde zweimal reported, wegen Hacking. Wir werden uns das gar nicht heute mal... Die ist da oben, Wilco. Oh Gott. Oh ja, ich sehe sie. Ich dachte, sie ist nicht da. Ich dachte, die war bis eben noch farm. Die war bis eben noch farm. Oh Gott. Okay, das wird auf jeden Fall interessant. Die denkt sich jetzt wahrscheinlich... Äh, sie hat dich... Sie hat dich gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Hat sie mich gesehen? Ja, sie guckt dich an. Sie guckt mir direkt in die Augen. Sie guckt dir durch die... Oh Gott. Oh mein Gott. Das denkt sie sich jetzt, weil ich... Normalerweise, man kann sich nicht einfach zu irgendeiner Insel teleportieren. Hm, ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde... Ja, ich werde sagen, ich bin einfach so hier gelandet. Ich schreibe mal MSG mir... Man muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen, Freunde, ihr seht diese Insel jetzt hier. Und wir haben diesen Server gestern erst released. Das ist ja Teil unseres fetten Updates auf Durchrasten. Und die hat schon so eine große Insel. Das ist schon echt krass. Ja, muss man echt sagen. Das ist auf jeden Fall schon... Ist auf jeden Fall schon ganz... Hä, was ist das? Was macht die da? Hä? Das ist ja richtig cool. Der hat den Cobblestone-Generator umgebaut. Ja, Freunde, den hat man quasi von Anfang an, so damit man ein paar Steine sich erfahren kann. Aber was ist denn das für eine coole Sache? Ja, das ist echt geil. Das packt gerade nur ein bisschen rum wegen meinem Shader. Also es liegt nicht am Server oder so. Jetzt nicht irgendwas Falsches reininterpretieren, Freunde. Aber das ist echt geil. Ja, das ist verdammt geil. Das ist eine richtig coole Idee, Freunde. Davon könnt ihr euch mal inspirieren lassen. Also falls ihr eine coole Idee braucht, um ein bisschen Steine zu farmen, dann macht das mal nach. Wir gucken uns übrigens immer mal Inseln an. Also hier, baut ruhig eine geile Insel. Die gucken uns immer gerne an und lassen uns da auch selber inspirieren, weil wir spielen ja auch. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich habe hier doch geschrieben. Hey, sie hat mir aber noch nicht geantwortet. Ich schreibe einfach noch mal. Hä, was ist das hier mit den Zäunen und den Schweinen? Guck dir das mal an. Hä, was ist das denn? Ist ja richtig wie so ein Massentierhaltungsbetrieb oder was weiß ich, das ist. Alter. Ah, sie hat mir geschrieben. Hi. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute hier zu Tage fördern werden. Alter, diese Redstone-Clock regt mich gerade richtig auf, ne? Aber egal. Ja, die kann es ja schlecht jetzt gerade wegmachen. Also, ich muss ja sagen... Ich werde mich hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen umgucken. Was ist das? Hier ist so ein Gatter. Hier, das ist ein Schild. Was? Philipp, komm mal her. Ja, guck mal, was da steht. Hinrichtung für unehrenhafte Spieler. Was ist das denn? Freunde, wundert euch nicht. Ich bin im Banish heute mit dabei. Und guck mir das Ganze schon mal an. Ich kann ja mir mal das Haus anschauen ein bisschen. Also, okay. Hast du ihr noch ein bisschen was geschrieben? Nein, ne? Sie hat bis jetzt nur Hai geschrieben. Okay. Jetzt ja auch schon ein paar Truhen und so. Also auch krass, wie viele Tiere sie schon hat. Und ich verstehe das hier nicht mit diesem Gitter. Also, hä? Ihr unehrenhafte Spieler. Also, hier ist jetzt... Okay, wir werden auf jeden Fall... Werden wir herausfinden, warum die jetzt reportet wurde. Ich schreibe mal, ich habe gehört, du wurdest reportet. Okay. Ach, jetzt hat sie gefragt, wie ich hierher gekommen bin. Was soll ich schreiben? Ich schreibe, keine Ahnung, war auf einmal hier. Genau, war auf einmal hier. Oh Gott. Oh Gott, da bin ich echt gespannt. Ja. Guck dir sonst mal das Haus an. Ist da irgendwas special? Ja, ich habe gerade schon geguckt. Also, da ist jetzt auf jeden Fall nichts... Nichts, was irgendwie... Nichts, was irgendwie... Was irgendwie mich dafür... Was irgendwie dafür... Aber... Hm. Komisch. Also, es ist jetzt nichts, was mich irgendwie... Was mich irgendwie besonders irgendwie... Was so die Aufmerksamkeit auf mich zieht. Was besonders sein könnte. Schreibt... Sie schreibt... Ach so. Schreibt, ähm... Ich frag mal, ich werd mal ein bisschen ins... Was? Ey, sie hat geschrieben, dummer Server. Was? Dummer Server, hallo? Das ist... Ich schreibe mal... Also, wenn die wüsste, mit wem sie gerade spricht. Hä? Also... Hauptsache, hier so eine große Insel haben und dann schreiben... Sie schreibt, ja, Dreck-Supporter. Wieso? Was ist denn... Dreck-Supporter? Was hier... Was ist denn bei der los? Alter, sie kann man denn so... Sie ist richtig aggro, Alter. Ihr müsst wissen, äh... Supporter sind die, die hier freiwillig helfen und euch... Und euch auch viel helfen, euch supporten und so den Server unterstützen. Und das sind die Letzten, die man hier beleidigen sollte. Auf jeden Fall. Das ist echt mies. Das ist wirklich, wirklich mies. Ihr könnt alle hier... Also, wenn die uns beleidigen, okay, das ist schon verboten, aber darüber kann ich hinwegsehen. Aber unsere Supporter zu beleidigen, das find ich schon krass. Ja, sie antwortet mir einfach nicht. Ich hab sie gefragt, wieso, was ist denn passiert? Aber sie antwortet... Aber sie antwortet... Sie schreibt, ja, lange Geschichte. Ich frag einfach mal... Erzähl... Ruhig... Wilko... Was? Guck dir mal an, was unter dem Haus ist, wenn du das sehen kannst von da... Nein, unter dem Haus, warte... Unter dem Haus ist so ein Riesenklotz... Nee, ich kann das nicht sehen. Wau... Oh... Ja, doch, da ist was, da ist was. Wilko, ich bin da gerade drin. Da ist was, da ist was. Hä? Hä? Was ist da drin, ne? Was ist da drin, ne? Hä, hier ist alles voll... Was? WTF? Hä, was ist da denn drin, ne? Krass. Was ist da denn... Ja, da kommst du ja jetzt nicht so einfach hin. Ich versuch mal einen Eingang zu finden, wo du reingehen kannst. Okay. Hä? Ist das richtig so ein richtiges Geheimversteck da unten in der Wiel? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Geheimversteck ist, aber es sieht so aus, als soll man da nicht nochmal hinkommen, weil da sind überall in einem Raum Spinnnetze und so eine Tür... Okay. Hä, sie schreibt, ja, hier waren so dumme Kids. Hä, Mann, ich will da jetzt nach unten hin, ne? Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Das werden wir herausfinden, was da drin ist. Hast du schon irgendwie... Siehst du da was drin, ne? Also ich... Was? Sie schreibt und die haben mich ohne Grund gemeldet, die... Ich kann dir mal schreiben, was sie geschrieben hat. Warte. Hier. Was? Was ist denn bei der los? Also, Freunde, dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Was ist denn bei der los? Warte mal. Schreibt ihr einfach, schreibt ihr sonst einfach, dass du da unten... Dass du da unten was... Alter, nein. Was? Nein. Was ist... Hier ist ein Buch. Wilko, hier ist... Was ist in dem Buch? Nein, du wirst nicht glauben, was ich gerade gefunden habe. Hä? Du wirst nicht glauben, was ich gerade gefunden habe. Oh nein, das gibt's doch... Ich kann's mir schon ungefähr vorstellen. Was ist da? Irgendwie so eine... Hä? Die geht auch... Die geht... Da ist der Eingang! Wo? Wo ist der Eingang? Guck dir das mal an. Du musst an der Seite bei dem Haus... Warte, warte, ich komme. An der Seite? An der Seite? Wenn du... Da musst du am Wasser runter. Da ist so ein Loch im Zaun. Da kannst du am Wasser einfach runter. Und dann ist da ein Eingang, oder wie? Ja! Warte, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht hier runter... Da ist direkter Eingang! Ja, sie hat das jetzt zugemacht. Hä? Hä, ich komme nicht mal rein! Oh, nee, doch! Hä, jetzt... Hä, was ist das? Oh Gott! Ich frage mal... Was ist das hier? Ups, jetzt habe ich mich... Habe ich mich verschrieben. Oh, sie hat... Sie macht auf. Sie hat aufgemacht. Sie macht auf für dich. Oh, das ist ein... Das ist ein Spinnennetz! Der ganze Raum... Hä, sie schreibt... Alter! Was? Soll ich da runter? Ja, geh da runter. Was? Der ganze Raum ist voller Spinnennetze. Oh, nein, das... Hä? Das dauert... Oh, nein! Oh, Gott! Das... Das ist doch jetzt... Nein, das dauert doch jetzt ja... Das dauert jetzt ja fünf Stunden. Was ist das? Hä? Ich sehe auch gerade nichts, weil die ist gerade... Ich auch nicht. Die sind gerade ineinander geäffelt. Ich sehe hier unten auch nichts, weil ich bin hier gerade in diesen Blöcken. Hä? Wo... Oh, jetzt... Oh, Mann! Die regt mich gerade auf, weil ich nichts wegen der sehe. Was ist da? Was steht da auf dem Schild? Warte, ich kann's... Verzieh dich! Verzieh dich! Verzieh dich hier! Piss dich! Oh, mein Gott! Was ist bei dir los? Sie macht die Spinnennetze, Gott sei Dank, kaputt. Sonst hätte ich hier ja jetzt... Oh, mein Gott! Das hätte jetzt ja zehn Minuten gedauert, hier durchzukommen. Oh, ja. So, jetzt ist die unten hier runter. Oh, ich hoffe jetzt einfach nicht, dass sie dieses Buch zeigt. Nur für Befugte. Don't touch? Was ist das? Hast du das Buch schon gelesen? Ja. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mir das Buch angucke? Ja. 50% Sale. Du hast keinen Bock mehr ständig zu laufen und hast richtig Bock, Leute zu nerven? Dann bist du hier richtig mit meinem Teleport-Hack. Kannst du jeden Spieler mega abziehen und verarschen. Hashtag Hacker-Mafia. Der Hack-Client kostet... Stopp! Was? Die zweite Seite habe ich nicht gelesen. Hashtag Hacker-Mafia. Der Hack-Client kostet fünf Euro Pay-Safe-Card und funktioniert auf der 1.12.1. Hashtag Fick auf alle Spieler. Was ist denn bei der falsch? Also stopp mal, Viko. Ich habe nur die erste Seite gelesen. Ich habe aber nicht gelesen, dass man den kaufen kann. Alter. Als ob die einen Teleport-Hack hat. Der funktioniert doch eh nicht. Das ist doch safe, nur Abzocke und Scam. Als ob der Teleport-Hack funktioniert. Das kann mir doch... Das dumme ist, wir haben ja jetzt keine Pay-Safe rumliegen. Ja. Schreib ihr einfach, dass du Interesse hättest. Aber sie soll dir das Ganze zeigen. Schreib mal, geil. Aber... Zeig erst. Also jetzt hat sie mich hier zugebaut. Hä? Warum baut die sich denn... Will sie mir das jetzt zeigen? Äh, gute Frage. Hat sie schon geantwortet. Freunde, wenn das jetzt funktioniert. Okay. Naja, das funktioniert eh nicht. Als ob das funktioniert. Als ob einfach... Als ob es einen Teleport-Hack in Minecraft gibt. Ich meine, wir haben ja schon echt viel Scheiße gesehen, ne? Ja. Sehr, sehr viel sogar. Sogar sehr viel. Sie hat mich hier eingesperrt. Ich kann einfach... Ich kann einfach nichts machen. Ich gucke mir das hier nochmal. Alter, mega krass. Also... Sie hat geschrieben, ich soll TPA schicken. Also langsam bin ich gespannt, Freunde. Wir finden es jetzt heraus. Also wenn sie... TPA... Wenn sie es dir jetzt... Minkarge. Komischer Name übrigens. Okay. Ähm... Ich bin jetzt hier. Mach mal Tag. Okay. So. Also... Sie schreibt also... Will sie... Sie will mir das jetzt, glaube ich, demonstrieren. Alter. Ich bin wirklich gespannt. Ey, sie... Sie... Sie macht einen Counter. Drei, zwei, eins, schreibt sie. Sie ist weg. Sie ist weg! Naja, gut. Sie kann auch einfach Slash-Spawn eingegeben haben, ne? Hä? Hä, was ist denn los? Ja, sie ist weg einfach jetzt. Und? Sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Hä, sie ist da hinten wieder da. Ja, aber sie kann ja auch einfach ein Home oder so gesetzt haben. Hä, aber das kann ja... Kann er ja drin Home haben. Das ist ja unnormal langweilig. Kann das sein, dass das Scam ist? WTF, Freunde? Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Na ja, einfach Slash-Spawn gemacht. Hä? Will die mich verarschen? Sie schreibt, nein, schau. Was? 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 Was hat die gemacht? Sie hat einen Teleport-Hack. Nein. Stopp mal. Oder war das ein Bug? Oder hat die... Nein. Das muss ich jetzt nochmal... Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Mach noch... Noch mal... Über... Größere... Distanz... Jetzt ver-stippe ich mich die ganze Zeit so. Hä? Als ob das funktioniert. Das soll sie mir jetzt nochmal zeigen. Alter, also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt wird's... 3, 2, 1... Sie ist weg. Okay, sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Hä? Äh, W, T, F. Wo ist sie hin? Was soll denn? Ist sie im Haus? Was geht hier bitte ab? Nein. Sie ist wieder da. Sie ist, sie ist, sie ist, was, was? Alter. Freunde, was passiert? Alter. Sie hat einfach einen Teleport-Hack. Also, Freunde. Nein, da habe ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Das habe ich auch wirklich nicht. Also ich hätte, na gut, wir haben schon hier viel erlebt. Aber, aber, Freunde, jetzt anders. Wir müssen jetzt hier kurz umdenken. Das ist jetzt hier eine Situation, die ich jetzt hätte nicht gedacht. Alter. Freunde, stopp. Also, zuallererst oben rechts. Nein, nein, anders. Ihr könnt jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gedacht hättet, dass das Ganze funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt einfach mal Hack in die Kommentare. Und Wilko, was wir jetzt machen müssen, wir müssen hier einen Cut setzen und mit unseren Entwicklern sprechen. Auf jeden Fall, Freunde. Und ich kann euch versichern, ich kann euch versichern, dieses Video wird erst online kommen, wenn das Problem gefixt ist. Lasst kurz mit den Reden, Wilko. Ich möchte das jetzt geklärt haben. Bis gleich, Freunde. So, wir sind jetzt wieder da. Wir haben jetzt zehn Minuten geredet. Und es ist alles gefixt. Das lag jetzt nur daran, weil es ein neuer Spielmodus ist. Wir hatten eine ganz bestimmte Lücke nicht gefixt. Leute, die sich da ein bisschen auskennen, die wissen vielleicht, von welcher Lücke wir da sprechen. Aber das ist jetzt alles gefixt. Das ist jetzt gar kein Thema mehr. Freunde, achtet auf den Chat. Ach, ihr könnt das ja leider gar nicht sehen. Du kannst doch mal zu dem lieben Hacker gehen. Der müsste im Haus noch oben sein. Und dann werden wir ihn jetzt live noch in der Aufnahme bannen für Hacks, Freunde. Und werden mit euch... Wo ist die? Im Haus. Weißt du, wisst du, was ich mache, Freunde? Ich mache jetzt einfach ein Loch rein in das Haus. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Was denkt die sich jetzt? Und ich werde sie direkt jetzt bannt. Das mache ich auch noch weg. So, zack. Die ist gebannt jetzt. Sie ist jetzt gebannt. Sie ist gebannt. Also, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, denkt dran. Unbedingt eine positive Bewertung da lassen. Checkt auf jeden Fall mal den SkyCity-Server ab. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Server. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Server. Genau. Das ist noch ganz wichtig. Wir zocken ein bisschen mit euch. Machen vielleicht ein kleines, nettes Drop-Event oder so. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, bei 3000 Likes kommt morgen direkt das nächste Video. Denkt auf jeden Fall dran, Freunde. Und dann würde ich sagen, warst das mit dem Video. Man sieht sich auf dem Server oder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.